Faszination. Entwicklung. Im Team arbeiten. Wettkampf. Die Challenge dieses Jahr ist es, ein autonomes Müllauto zu entwickeln. Line-Tracking. Praktische Sachen ausprobieren. Die Abwechslung. Auf jeden Fall die Abwechslung. Das theoretisch gelernte Anwenden. CAD. Kreative Tätungsleben. Pilztesten. Schritt für Schritt zum Ziel kommt. Finale ist öffentliche für die Anstalt. Im Hauptgebäude der ETH. Wir haben es für dich. Wir freuen uns.